Er ist ein sehr erfahrener Fahrer, die folgenden Fahrermann hat eine sensationelle Chemie, der bereits reingefahren hat, er fährt ja die österreichische Meisterschaft, die uns... Ablaut, er kommt! Ich glaube, das Pferd ist sehr, sehr jung, um sieben Jahre hat er so vier Fahrermann bewährt, sehr jung, aber schon doll eingefahren, vom Bruder Vierhofer, der sich jetzt vorgeertet auf das Himmelis 6. Vielen Dank!